Herz Novelle von mir. Das Herz ist das Zentrum von allem, sagt er. Ich frage mich, was mein Zentrum ist. Ich habe keines. Er ist stellvertretend mein Zentrum. Ich sage es ihm. Er nimmt das Herz aus meiner Brust und zeigt es mir und sagt, das gehört Ihnen. Und ich sage, das Mängel-Exemplar können Sie gratis zur Ansicht behalten. Die Gänge sind still. So still, dass jeder Schritt dröhnt, auch wenn ich meine Stöckelschuhe im Zimmer gelassen habe und die flachen Ballerinas aus italienischem Leder trage. Der Hall meiner Schritte läuft mir voraus, und kommt wieder zurück, wie ein kleiner Hund, der mich in seiner Nähe haben möchte. Die Gänge sind erleuchtet, als ob das Haus voller Geschäftigkeit wäre und ich gehe, mich mit einer Hand an die glatte Wand stützend, gehe im grellen Licht der Ganglampen, gefolgt von meinen eigenen Schritten und drehe mich manchmal um, um zu sehen, ob mir jemand folgt. Ich passiere die Sessel in den Warteseelen, die am Tag alle besetzt sind, die Warteräume sonst voller Raunen, Rascheln und Weinen, die Fenster der Ambulanz geschlossen zur Nachtruhe, das Fensterchen mit einem Karton abgedeckt. Ich drehe mich um, aber nicht, weil ich in dieser Stille verloren bin. Ich will sicher gehen, dass niemand mich wahrgenommen hat. Die Befürchtung ist völlig unbegründet. Der erste und der zweite Stock sind völlig leer. Ich habe das Gefühl, in einem verlassenen Raumschiff zu wandern, entworfen für tausende von Menschen, die es aus einem unbekannten Grund verlassen haben, und diese Einsamkeit macht mir gar keine Angst. Ich bin glücklich in einer Welt, die mir alleine gehört und die ich bloß mit einer weiteren Person teilen möchte, mit niemand sonst. Ich trage ein Hemd aus schwerer weißer Seide, darüber die dottergelbe Uniform mit den eingestickten Emblemen meiner untertänigen Zugehörigkeit. Sechster Stock, Kardiologie. Wenn ich verloren gehe, kann man mich an den Ort zurückbringen, wo mein Präsenzdienst abzuleisten ist. Ich husche aus einem schmalen Verbindungsgang zwischen zwei Toiletten hinaus auf den breiten Gang, der alle Stationen quer durch das Gebäude verbindet, und bin so unvorsichtig, dass ich beinahe mit einem Pfleger zusammenstoße, der den Bereich der OP-Räume eilig verlässt. Ich zucke zurück in das Halbdunkel zwischen den WC-Türen und halte den Atem an. Er ist ohne aufzusehen an mir vorübergehastet. Sein schlurfender Schritt verliert sich nur langsam, und ich warte und warte, flach atmend, ohne mich zu rühren, und mein Herz will nicht mit mir mitwarten und läuft ungeduldig ein Stückchen voraus. Zuerst einschmeichelnd, dann strenger rufe ich es zurück. Ich stampfe mit meinem Fuß auf, und es folgt mir erst dann, widerwillig und aufmüpfig. Wenn ich erfolgreich sein möchte, kann ich und darf ich nicht als Patientin kommen. Ich muss kommen als Gleiche unter Gleichen, als eine ebenbürtig Gesunde, eine, die in keinster Weise bis auf eine auf ihn angewiesen ist. Und so weiter geht es und da nichts. Vielen Dank.